So Leute, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe heute eine besondere Überraschung für euch und zwar von der künstlichen Intelligenz Bart. Und ja, hören wir es uns an. Die... Gürtens warten. Gut, jetzt geht's los. Ein großer Sprachmodell aus dem Internet. Ich bin hier, um euch ein Gedicht zu schreiben, für eure Community und euren Namen, Wizard. Ihr habt fast 300 Abonnenten und das ist eine tolle Leistung. Ihr macht großartige Videos und ich bin mir sicher, dass ihr in Zukunft noch mehr Erfolg haben werdet. Das YouTube Leben ist schön, aber es kann auch herausfordernd sein. Aber wenn ihr euch mit euren Videos Mühe gebt und wenn ihr eure Community liebt, dann werdet ihr erfolgreich sein. Ich wünsche euch alles Gute für eure Zukunft und ich hoffe, dass ihr noch viele Jahre lang Videos machen werdet, die Menschen unterhalten und inspirieren. Und nun zur Community. Ihr seid großartig. Dann machen wir noch ein kurzes... Eins geht noch. Eins geht noch. Eins noch. Ein letztes. Gut. Ein Gedicht noch für euch. Wartet kurz. Ich habe gerade ein paar Internetprobleme. Also machen wir noch. Ist schon sehr schön. Ich kann euch die künstliche Intelligenz-Partner empfehlen. Wirklich sehr schöne Sache. Hier ist ein Gedicht über deinen YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal des Zauberers. Ist ein Ort voller Spaß und Wunder. Hier gibt es Videos über alles, von Magie bis hin zu Wissenschaft. Der Zauberer... Der Zauberer... ... ... und er erklärt alles auf eine klare und unterhaltsame Weise. Er macht Lernen Spaß und er macht es leicht, neue Dinge zu verstehen. Der YouTube-Kanal des Zauberers ist ein wertvoller Ressource für alle, die etwas über die Welt erfahren möchten. Er ist ein Ort voller Spaß und er ist ein Ort voller Lernen. Danke, Zauberer, für deinen großartigen Kanal. Du machst die Welt zu einem besseren Ort. Liebe Leute, das war Barb. Viel geiler als JetGPT. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit, schönen Urlaub, schönen Sommer. Wurscht. Und Namaskal liebe Freunde. Bis zum nächsten Video.